moin leute und herzlich willkommen zu diesem heutigen video heute mal alleine heute reagieren wir auf meinen freund der macht auch youtube und viel spaß leute und herzlich willkommen auf meinem kanal heute möchte ich ein bisschen roll das spiel und euch das zeigen und ich hoffe ihr habt sehr viel spaß dabei und los geht so ich spiele jetzt erst mal ein brawler ihr könnt auch abstimmen welchen brawler ich nehmen soll nehme ich mal leeren und ich gehe auf juwelenjagd ich muss dazu sagen ich habe das video noch nicht geguckt jetzt gehe ich mal auf diesen pfeil hier spring nach vorne nein Mist. Ich hätte ja den Kins gehen müssen. Jetzt hol ich mir mal kurz paar Juwelen. Sein Kanal heißt übrigens Bromance7. Könnt ihr gerne abonnieren. Dann hab ich gleich den Bär. Ja. Ja. Mist. Jetzt bin ich wieder tot. Also es ist schon schwierig finde ich Brawl Stars. Aber sonst ist es auch okay. Aber sie sind gerade am Fernsehen. Ja Leon sagt auch schon let's go. Let's go. Ja jetzt hab ich die Juwelen. Ich glaub das haben sie verloren. Ach komm schon den hab ich. Ja komm dann. Ah. Brawl vorbei. Hm. Leider ne Niederlage. Minus drei Pokale. Ich hoffe beim nächsten Mal wird's besser. Ich hab auch schon sehr viele Niederlagen geführt. Ihr könnt's noch. Jetzt spiel ich nochmal. Danke Lukas dass du mir mitten im Video schreibst. Ich versteck mich jetzt erstmal im Gras. Weil dann kann ich die beobachten und dann kann ich auf einmal auf sie schießen und die merken das nicht. Und die merken das nicht. Jetzt zum Beispiel. Oh das war gut. Der hat das einfach nicht gemerkt. Das ist eine gute Taktik in mir. Das ist so ne Taktik von mir. Das ist so ne Taktik. Ja. Ich geh erstmal wieder ins Gras. Jetzt schieße ich los. Ja. Ich müsste auch mal wieder. Ich müsste auch mal wieder mit ihm aufnehmen. Ich könnte ihn ja mal wieder drücken. Mist. Jetzt bin ich wieder tot. Jetzt muss ich schnell auf den Pfeilen abhauen. Weil sonst hätte ich mich fast gekriegt. Und falls mir einer Tipps beim Brawl Stars Spielen geben kann. Schreibt sie doch bitte in die Kommentare. In die Kommentare aktiv werden. Äh anwenden. Ja. Wenn mir auch mal so gut los ist. Das fällt mir auch mal weit rein. Mist. Nein. Das war jetzt nicht so ein. Ich hab mal Aufrufe. Jetzt fällt es los. Das war richtig. Ist das so eine Aufrufe. Ja. Der Countdown läuft schon mal so. Ich hoffe das Spiel ist gleich zu Ende. Weil dann haben wir endlich wieder gewonnen. Tja, Brawl vorbei. Ja, Sieg! Plus 8 Pokale. Ich hab jetzt auch ein Intro, das werden wir gleich sehen. So, jetzt wähle ich mal einen anderen Brawler. Nehme ich mal Bull. Ich hab auch so einen besonderen Bull, den hab ich mir extra gekauft. Der heißt Lionbucker Bull. Und mit dem werde ich jetzt mal spielen. Wer spielt? Ne, du. Diesmal im Duo Showdown, bald in der Wirbelhöhle. Komm schon, die Box öffne ich jetzt. Ja. Kennt ihr auch diese Boxen, wo immer diese kleinen Juwelen drin sind? Mit diesem Blitz in der Mitte. So, jetzt geh ich mal nach rechts. Nein! Ah, zum Glück hab ich den noch getötet. Das war mega knapp. Ein Feind gerade in Sicht. Edgar hätte mich fast getötet. Mal knapp. Also, ich muss aufpassen. Ah, ein anderer Bull jagt mich gerade. Aber dem zeig ich mal jetzt hier die Meinung. Aber der war besser. Wenigstens dritter Platz, zwei Pokale. Besser geht's nicht. Also, für den dritten Platz geht's nicht besser. Und noch ein Spiel. Ich hab gedacht, die wären da oben draufgefahren. Ja. Ah, den hol ich mir jetzt noch. Er hat mich auch fast wieder getötet. Dafür tutel ich ihn jetzt als Rache. Ja. Entschuldigung. So, ich stelle gleich direkt an. Ich habe das Video-Fermsch aufgenommen. Aber ich sehe es nicht für den Ausgang. Ein paar Wäsche. Und dann habe ich die Video-Wäsche. Mist. Mist. Ist tot. Oh, so gut. Ich bin dran. Nein. Lera. Ist auch ok. Zweiter Platz ist auch ok. so das war es auch schon mit meinem video ich hoffe es hat euch gefallen und schreibt mal noch in die kommentare welchen brawler ihr am liebsten liebt und lasst noch einen daumen hoch da und abonniert meinen kanal bitte wenn er euch gut gefällt tschau bis zum nächsten mal ja elia teils fazit am ende es war ein sehr gutes video ich würde nur empfehlen die facecam ein kleines bisschen kleiner zu machen dass du nicht den ganzen bildschirm verdeckt aber sonst was relativ gut und ja leute das war's mit dem heute ein video und schau leute